Oh, ich war blöde, ich bin total müde, ich geh jetzt ins Neste, meine Fresse morgens ist auch wieder da, oh, ich bin kaputt, heute bin ich fertig bis auf die Mütze, nee, also jetzt leg ich mich ins Bett und dann ist Schluss für heute, gute Nacht, liebe Leute, Licht aus, Ohren zu oder umgekehrt, bis morgen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.